Peace out of the basket from Kevin! Und heute ein neues Horror-Game und zwar The Lights Went Out von 616 Wir sind krass gespannt Ihr wisst 616, wir sind Fans Die Lichter sind ausgegangen Was geht jetzt ab? Daumen hoch für mehr 616 Horror-Games Ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke Ihr könnt mich verpassen, wir starten rein Wir sind ganz Früher morgens Mein Name ist Oliver, es ist nicht einfach diese Geschichte zu erzählen Okay, wir haben irgendwas auf dem Herzen Wir haben Leicht im Keller Wir haben Druck auf der Brust Ich habe gearbeitet an einer Tankstelle Jeden Tag dieselbe Route mit meinem Auto Bin ich gefahren, okay Aber diese Nacht habe ich was entdeckt was Hölle ist Okay Das ist wie die Lichter ausgegangen sind Okay Interessant Interessant Ich habe an der Straße gehalten um Pissen zu gehen Ich war schon spät zur Arbeit, aber ich musste einfach Friede durch Pissen und ab wieder in unsere süße Nähmaschine Leute Wilde Karre Wir machen ein Youtube Video Einmal eine Drehung Mr. Bean Karre ist da Das ist einfach richtig fett Und rein da Oh du kannst fahren sogar Leute rollt, das zählt Oh nein, ich spring nicht mehr an Oh Nein Oh mein Gott Das ist nicht gut Das ist nicht gut Mann Oh doch 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 Sag ich springen Bisschen bei Haus sind die Kiste Egal Eckische Karre hier Bilden Sound aber wie Ferrari alter Wären Motor bisschen getunt Nachts zu arbeiten ist nicht einfach Es fühlt sich an als wäre ich die ganze Zeit müde Wir brauchen viel Kaffee Mies, koch ihn Ganz viele Schaumige Boah wir sind echt langsam unterwegs Okay ich sollte zur Werkstatt mit der Karre Ja die fährt ja gar nicht mehr richtig eh Es hat diesen Defekt schon lange angezeigt Okay wir sind einfach weiter gerattert Wir haben es ausgereizt Einfach nicht beachtet Aber ich finde auch das gefährlich an uralten Autos wenn die nichts anzeigen Ja man Du weißt gar nicht Ist der Reifendruck weg oder so? Viele haben keine Ahnung von Autos Ah ok Ist da irgendwas Digga was ist das für eine Klapperkiste alter? Ja Fahren wir bergauf? Digga fahren wir 1 kmh? Digga Ja er meint er muss Nein Nein Oh mein Gott Raus aus dieser Nähmaschine Die Kiste ist abgeschmiert Was ist das hier? Okay es war ein Trauerspiel Ich wusste nicht was ich tun soll Die Route war richtig lange Unbezwingbar Okay Wir sind auf einer ganz langen Straße Leute Fetter Mond In der Finsternis Unsere Karre ist abgeschmiert Und dann ist der Bienenkarre Dampft da rum alter Dampft hier wild Shit Was machen wir jetzt alter Wir können nur hoffen ADAC rufen oder? ADAC Was ist ein Gibt es ADAC in Amerika? Ja man was ist die Nummer Von Amerika ADAC Oh einfach Wir gehen die Straße einfach lang Krass Wir gehen zu Fuß Leute Wir haben kein Licht leider Wir können nichts machen Egal geht zu Fuß Kein Monster da Let's go Wir laufen ein bisschen Wir joggen ein bisschen Tut auch mal gut Was was? Das Auto fährt Was darfst du? Bin ich mir jetzt ein? Was redest du Bruder? Ich hör was Nein du hast Halluzinationen Alter ich hab gedacht Krass hab ich mir von was eingewirrt Ich hörst du das nicht? Aber das rollt gar nicht Ich dachte Das ist der Wind Dann ist mir eingefallen Da war ein Haus in der Nähe Ich sah das jeden Tag Oh da hinten Da rechts Oh Ah ne Ok irgendwo da ist ein Haus Es wäre so richtig wie wenn das so angefahren kommt Ja man Ok ok Einbildung Dann holen wir da Hilfe würde ich sagen Ok dann halten wir Ausschau Das sollen nur Windgeräusche sein glaube ich Mond sieht wild aus Ich habe das komische Gefühl Dass irgendwas nicht richtig ist Ok Was meint er Mit unserem Kopf Egal wir gucken bis was leuchtet Irgendwann muss ja was sein Ganz viele Glühwürmer Ja gehen wir einfach weiter Geradeaus geradeaus Oh da hinten Oh da ist er Leute da ist ein Haus Kannst durch den Boot schnell ne Ja Ich frage mich immer wer da sitzt Nach einer Weile habe ich das Haus gesehen Ich habe mich entschieden nach Hilfe zu fragen Ok wir gehen hin Das hat normal aus gesehen Ja da kann man reingucken hier Aber ich habe niemand gesehen In dem Fall die fliegen zu Hause Alba Digga was sind das hier für Stinker Vielleicht lebt da keiner mehr Ok wir klopfen Hallo Keiner hat geantwortet Also gehe ich um das Haus Ok Gehen mal rechts um Könnt ihr lauter machen Achso Ich muss uns game lauter machen Es geht Es geht Oder Einfach ein bisschen Eher so Mach kann es eigentlich Fühl knallen Bam Ok Niemand zu Hause Fliegen sind da drin Einfach so eine roter Oh oh Küche Oh oh Warte mal Die Tür war offen Oh ist offen Ich habe mich entschieden rein zu gehen Ich brauche wirklich Hilfe Ok wir gehen einfach rein Das Haus hatte eine komische Energie Es hat gerochen Alter guck mal hier Ekelhaft Geruch Dick vergammelt Digga Lecker Essen Schön das Essen ja Free Workout man Schauen Jim Bist du's Sieht normal aus Geht hoch Wir gehen hoch Leute Kann ich hoch Da hinten war noch so ein Gang Da Was ist das für ein Coach Was ist das denn Alter Einfach eine Ecke Wie random soll es sein Was könnte uns denn hier helfen Jemand da Was ist mit der Tiere Das Haus war wirklich abgeschottet Verlassen Wir suchen nach einem Phone für Hilfe Ok Gucken nach einem Telefon Um Hilfe zu rufen Um Hilfe zu rufen Muss ja ein Minimum Telefon haben Das Haus Genau Oh ich kann hoch Oh was war das Ja wo ist da jemand Was war das Alter Guck mal Kerzen leuchten noch Oh da war jemand Das heißt hier ist da jemand Die Kerzen leuchten Hey Hier ist jemand Der Geruch war Äh Unaushaltbar Ja hier ist ein leichtes Da müsste irgendwas vergammelt sein Fett leicht Da ist schon irgendwas verwest Unten ist jemand Oh ne Oh shit Alter Yo Junge Das wird jetzt niemals vergessen Oh Die ganzen Körper Ganze Blut Alter Ich musste wegrennen von da Oh shit Oh shit Bro der ganze Familie Wurde abgeschlachtet Ihr habt den Telefon Jungs Oh mein Gott Ist das ein Held oder Ist das ein Held oder Schnell raus Bruder Rennen Bruder Rennen War das dunkel ja Wurde ich dich gepackt oder was Leute ich bin einfach ins Dunkel gerannt Oh mein Gott Was das sind wir das Ist das unsere Geschichte was wir auf dem Gewissen haben Ich bin die Treppen runter gegangen Oh die Geschichte ist nicht weiter Aber da war was am stehen Hat auf mich gewartet Das was uns grad widerfahren ist ne Ok wir leben aber noch Ok da sind wir der Typ da Schwarze Klamotten getragen und ne komische Maske Also bin ich wieder hoch gerannt Ok Ich hatte sehr Angst Ich konnte nicht klar denken Ich hab mich im Kleiderschrank versteckt Ok Auf einmal habe ich Fußschritte gehört Ok Ich war Ich war Ich war mich nicht bewegen Ich konnte nur durch den kleinen Schlitz sehen In der Tür Ok Wir sind jetzt im Schrank Leute wir sind im Schrank Wir sind jetzt Zeugen Das was der erzählt hat Das leben wir gerade Oh mein Gott Jo was gehts Ist ein normaler Typ Ja man Ist ein normaler Typ ne Ja ja normaler Typ Ok Oh Oh mit Maske ja Oh er hat eine Maske auch Ok irgendein Serienmörder rennt hier rum oder was Oh press E Jetzt habe ich entschieden raus zu gehen Ich musste hier weg so schnell wie möglich Ok wir müssen hier weg Der Killer läuft hier rum Bruder Pass aber auf Wo ist er wo ist er Ok step raus Bruder Geht sie raus jetzt Ich weiß nicht Wir kamen von der Garage ne Ja wir kamen von da Alter Oh Garage ist zu Oh er ist zu Er hat mich eingesperrt Shit Vielleicht irgendwo ein Schlüssel Wohin Schlüssel an Wohin Schlüssel Oh mein Gott Was war das Irgendwas auch Garagetür hat sich geöffnet Wir können abbauen Gerade als ich wegrennen wollte Ok wir haben ab Haut rein Raus hier Verflucht das Haus Alter haut rein Ganz schnell weg Shit Unser Auto ist immer noch am Arsch ne Ich bin zu meinem Auto gerannt Ich war erschrocken des Todes Ich hatte das Gefühl er beobachtet mich Ok zum Auto Zum Auto Da hinten leuchten die Lichter Ok unser Auto leuchtet noch Dick abbauen man Ist noch nicht vorbei Er hat da einfach so ne Kürbismaske Oder Ohne jemanden gesehen zu haben Einfach gepackt Für irgend Aber wie Aus irgendeinem Grund hat er mich leben lassen Aber mein Leben hat sich verändern Für immer Wir haben nämlich unsere Arme und Beine Er hat sich gerade abgehackt Alter Wie war es abgehackt Als er mein Gesicht geschnitten hat Hat er gesagt Ich gebe dir einen Grund zum Leben Ich liebe es die Landschaften zu sehen Den Sonnenlicht Reflexion an den Pflanzen Jetzt lebe ich im Dunkeln In den Schatten Aber ich kann mich nicht aufgeben Was ist denn wie jetzt der Mörder oder was Ich frag mich dann auch so Was geht ab Habe ich zu mir gesagt Also 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 habe ich zu mir gesagt i'm gay also das war es also gar nicht erklärt das okay warum sonst das spiel jetzt weiß ich warum die entwickler so ach kein bock raus ein bisschen trocken aber ein netzes game war ein netter versuch leider keine enttäuschung ein bisschen random also es war nicht mal ein jumpscare richtig so aber der entwickler halbherz dabei genau obwohl das was neuer war sogar ja ja kann auch mal passieren abonniere den kanal aktiviert die glocke und kann mich verpassen jeden tag gaming videos auf youtube brownies ansonsten auch krasse videos zweimal die woche auf youtube kevin marvin morgen kommt wieder ein krasses video man morgen wieder ein ganz neues ganz neues format genau neue channel also lasst auf jeden fall morgen leichter genau davon der kanäle ab ihr wisst bescheid checkt unseren merch ab wenn ihr wollt link in der beschreibung alles verlinkt leute youtube bis zum nächsten video PEACE